Genau, es geht mit EF-Sprachreisen nach Miami und das Ganze ist zustande gekommen, weil ich sie kontaktiert habe, weil ich EF-Sprachreisen so cool finde und schon die ganze Zeit mit denen wegfahren wollte und Freunde von mir auch schon nach Miami mit denen geflogen sind und ich bin so froh, dass sich das jetzt ergeben hat, dass Nina und ich zusammen mit EF-Sprachreisen nach Miami fliegen können und das Ganze wird im März sein und wir werden euch so krass voll spammen, also es wird Daily Vlogs geben. Es gibt jeden zweiten Tag auf meinem Kanal ein Video, ich glaube insgesamt sogar zehn Stück, also darauf könnt ihr euch freuen. Dann gibt es ganz viele Blogposts, wir werden euch auf Snapchat mitnehmen, wir werden euch auf Instagram mitnehmen, wir werden euch auf dem Snapchat-Account von EF mitnehmen und auch auf deren Facebook-Livestream, also ihr könnt euch da auf ganz, 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 ganz viel freuen, wir werden auch schon hier ein paar Videos drehen, wie wir eben unsere Sachen zusammenpacken für die Reise und die ganze Vorfreude und alles. Das werdet ihr aber auch jetzt schon in meinen Vlogs wieder miterleben und ja, das ist so diese große Ankündigung, die wir schon seit Anfang Dezember oder so geheim halten müssen und alles, was ihr auf Snapchat und auf Instagram gesehen habt mit Meetings und mit Verträgen und allem, das war alles das mit EF und wir wollen an der Stelle auch nochmal Danke an die EF sagen, falls ihr das jetzt hier seht, ne? Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir mit euch wegfahren dürfen und ja, das war auch schon die große Ankündigung, die wir machen wollten. Wir wollten jetzt auch gar nicht hier so groß rumschneiden, sondern es einfach direkt aus dem Herzen jetzt, ja, euch mitteilen und ansonsten könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und auch gerne bei Nina vorbeischauen. Findet alles auf ihrem Gesicht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Safe!